Die besten Reiseziele in Vietnam Die besten Reiseziele in Vietnam für die perfekte Vietnamreise Vietnam bietet seinen Besuchern ein ganz besonderes Erlebnis. Von pulsierenden Städten und traumhaften Stränden bis hin zu üppigen Wäldern und atemberaubenden Reisfeldern. Das Land, das an China, Laos und Kambodscha grenzt, ist das perfekte SEA-Reiseziel für alle, die in die Natur, die Geschichte, die Kultur und einige der besten kulinarischen Köstlichkeiten der Welt eintauchen wollen. Es gibt nicht nur diese, sondern noch viel mehr hier zu entdecken. In diesem Reiseführer erfährst du, wo du in Vietnam hingehen solltest und welche Orte du auf deiner Vietnamreise nicht verpassen darfst. Hier ist unsere Liste der besten Orte, die du in Vietnam besuchen solltest. Als ehemalige Hauptstadt Vietnams und oft als Saigon bezeichnet, ist Ho Chi Minh Stadt in allen erdenklichen Sinnen vielfältig. Von den pulsierenden Straßen und lebhaften Märkten, auf denen allerlei Krimskrams verkauft wird, bis hin zum Streetfood und der tief verwurzelten Geschichte jeder Besuch hier wird mit Sicherheit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Was die Unternehmungen betrifft, die Möglichkeiten sind endlos. Kein Besuch in Vietnam wäre komplett ohne eine Kreuzfahrt entlang des Mekong-Deltas. Wenn sie unter Zeitdruck stehen, ist Kai Bi die perfekte Lösung. Der Phong Nha Kha Beng National Park in Vietnam beherbergt die größte Höhle der Welt und das älteste Karstgebirge in Asien. Diese 400 Millionen Jahre alte Städte wurde erst vor 20 Jahren entdeckt und 2003 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Es gibt über 500 Höhlen, aber nur 30 sind für Besucher zugänglich. Die Halong-Bucht berühmt für seine Kalksteinhöhlen und Höhlen mit jahrhundertealten Stalaktiten und Stalagmieten umfasst dieses UNESCO-Weltkulturerbe mehr als 1600 Kalksteininseln in allen erdenklichen Formen und Größen alle mit üppiger grüner Vegetation bedeckt. Obwohl die Halong-Bucht in den letzten Jahren ein Opfer des Übertourismus geworden ist, sind ihr ikonisches smaragdgrünes Wasser und die hoch aufragenden Kalkstein-Karste die dreistündige Busfahrt von Hanoi und sogar die Menschenmaßen wert. Die Ket Ba Insel ist einer der besten Orte in Vietnam. Die Insel ist von Hanoi aus bequem mit dem Bus zu erreichen. Der Nationalpark ist ein atemberaubendes Gebiet, das einen großen Teil der Insel bedeckt. Die Geografie des Parks ist wie die Halong-Bucht ohne Wasser. Hoch oben in den Bergen liegt einer der besten Orte in Vietnam, Sapa. Wenn Sie außerhalb der Städte und in die Natur wollen, gibt es keine bessere Wahl als hier. Um nach Sapa zu gelangen, ist die beste Option entweder der Bus oder der Zug nach Hanoi. Die Aussicht über die grünen Reisterrassen ist unglaublich. Ha Chang im hohen Norden ist einer der lohnendsten Orte für einen Besuch in Vietnam. Das abgelegene und schroffe Ha Chang ist eine bergige Landschaft, die von Kalkstein-Karst und tiefen Schluchten geprägt ist. Ninh Binh ist einer der schönsten Orte in Vietnam. Sie können nicht nur die atemberaubende Aussicht von den 500 Stufen der Muah-Höhlen genießen, sondern auch das UNESCO-Weltkulturerbe Trang anbesuchen und bestaunen. Chiu ist voller Geschichte und nichts fängt sie mehr ein als die große Kaiserstadt Chiu, der befestigte Komplex aus königlichen Gebäuden. Sie war das Machtzentrum während der Nguyen-Dynastie, die Vietnam 1802 vereinigte und die letzte der kaiserlichen Dynastien war, die das Land regierte. Obwohl viele der Gebäude in der Kaiserstadt während des Vietnamkriegs beschädigt wurden, wirst du trotzdem mehrere Stunden brauchen, um alle Tempel und Paläste richtig zu sehen. Chiu ist keine besonders große Stadt, sodass du ihr Zentrum leicht zu Fuß erkunden kannst. Wenn du entlang des Flusses gehst, solltest du auch nach der beeindruckenden Tianmae-Pagode Ausschau halten. Phuc Phuc ist die größte vietnamesische Insel. Sie liegt im äußersten Südwesten, näher an der Küste von Kambodscha als am vietnamesischen Festland. Die Insel ist eine Sonderwirtschaftszone, was bedeutet, dass Touristen 30 Tage ohne Visum bleiben können. Die Insel hat auch ein breites Spektrum an Unterkünften zu bieten. Du hast die Wahl zwischen sehr einfachen und preiswerten Unterkünften und einem Fünf-Sterne-Resort. Phuc Phuc ist perfekt für eine paar Tage Urlaub und Erholung. Das Essen ist köstlich und es gibt jede Menge Möglichkeiten, ein leckeres Fischgericht vor der Kulisse des Sonnenuntergangs im Meer zu genießen. Vietnam ist schön und auch kulturell sehr interessant. Das war nur ein kleiner Teil, nur elf schöne Plätze, die du dir ansehen solltest, ein zweiter Teil ist bereits in Vorbereitung. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG